so hi leute willkommen zurück zu einem neuen video es ist jetzt mittlerweile so weit dass ich ja die ersten videos online gebracht habe also ihr kennt mittlerweile zumindest wer sie sich angeschaut hat die ersten drei videos wir haben den 15 juni 2016 und ja dieses video ist jetzt quasi das erste was ich jetzt wieder aufnehmen nachdem ich jetzt überhaupt die ersten videos öffentlich gemacht habe ich habe leider noch kein stativ so viel mal zu den noch geplanten verbesserungsvorschlägen das sollte aber jetzt die tage ankommen das heißt also für das nächste video sollte es eigentlich schon dabei sein ich werde soweit versuchen dass ich mir so die kritiken und die verbesserungsvorschläge zu herzen nehmen und jetzt gucken wir mal inwieweit ich das umsetzen kann ich habe wieder ein paar schöne kartons hergerichtet der greift auch gleich einmal an da haben wir einen Nintendo 64 karton gewischt der ist noch ein bisschen geschützt mit diversen pullis und so weil wir sind tatsächlich irgendwann die luftpolsterfolien ausgegangen und die ganzen spiele befinden sich zusätzlich noch in protektor boxen ich muss jetzt überlegen ob die darin bleiben oder ob sie eventuell ja wenn sie dann in den nintendo vitrinen untergebracht werden dann auch ohne schube eingeräumt werden dann könnte ich diese ganzen protektor boxen sogar verkaufen also falls da jemand interesse daran hätte wäre recht große menge abzugeben gut fangen wir an mit einem standard spiel das mario hier haben wir super cross 2000 ich habe mir jetzt auch mal gedacht dass ich das ganze nicht so schnell abhandeln wie bisher also ein paar videos werde sie auf jeden fall noch zu sehen kriegen weil ich habe einige schon vorbereitet gehabt aber jetzt gehen wir das mal hier schön langsam durch auch wenn man am ende vielleicht weniger material schaffen aber das soll ja auch irgendwie interessant und schön bleiben so das wipeout ich zeige euch auch mal weil viele leute immer meinen bezüglich der zustände also wie die ganzen spiele so in etwa aussehen dass ich jetzt nicht jedes spiel wirklich komplett neuwertig da habe das ist klar aber wie ihr seht also die sehen schon wirklich sehr ordentlich aus da glaube ich kann man nichts gegen sagen das xena da haben wir das ein star wars das racer das transformers beast wars ist das zum beispiel so ein fall ja bei dem spiel bin ich ehrlich gesagt froh dass ich es überhaupt mittlerweile habe habe ich auch etwas längere zeit gesucht das roadsters habe ich doppelt wenn ihr euch das mal anschauen wollt das unterscheidet sich minimal einmal in der vorabgebung schon von dem auto rückseite auch noch mal leicht bin jetzt eigentlich nicht der mensch der ja auch noch diverse länder versionen jetzt sammeln muss jetzt mal gebiet jetzt meine ich mal also us und japan das wäre jetzt noch was anderes aber bei dem ich wollte irgendwie behalten viel wert ist das spiel ja das hätte sich auch wahrscheinlich nicht gelohnt ist noch irgendwie zu vertauschen oder zu verkaufen und ja da ich ja mit nintendo 64 an sich schon eine weile fertig sind eigentlich nur noch am upgraden bin von dem ein oder anderen titel wollte ich ihn mal in schönerer ovp finden ja wird sich da auch nicht mehr allzu viel tun sage ich jetzt mal ganz vorsichtig top gear overdrive haben wir hier da kommen jetzt die ganzen top gears top gear rally das habe ich glaube ich damals aus finnland war zumindest das einzige was ich neu gefunden hatte oder im neuzustand damals das rage wars was haben wir hier dass das top gear hyperbike ja ich weiß einige suchen es ja nach wie vor die paar von starcraft auch in einem eigentlich sehr ordentlichen zustand was kommt hier schon wieder schauen wo ich die ganzen sachen hinlegen southpark da kommt dann mein starcraft noch mal in der us-version sieht eigentlich sogar noch mal ein ticken besser aus als die paul von norman star wars ich mag die spiele nicht ja aber die ovp sind zumindest irgendwie schick ich glaube das ist jetzt die deutsche version ja da müsste ich irgendwo noch die ok haben die englische da haben wir das rettrix was haben wir denn hier habt ihr der erste das tolle eishockey hier das war sogar siedelt aber das hat mich irgendwie so genervt weil diese folie des den ganzen karton wieder so zusammengebracht das sah einfach nicht schön aus ich habe es kurzerhand einfach aufgerissen mag der ein oder andere die die hände jetzt über den kopf zusammen schlagen aber mir ist das eigentlich relativ egal ich bin ganz ehrlich wenn ich jetzt wenn ich kann versuche ich die spiele immer nicht ziel zu kriegen weil was bringt mir das ziel das ist wieder so eine endlos diskussion aber ich finde es blöd also ich möchte wenigstens ans modul an die anleitung rankommen ich möchte zumindest wenn ich die zeit habe die möglichkeit haben das spiel mal zu spielen allerdings habe ich mir auch abgewöhnt in den letzten 15 jahren habe ich so viel aufgerissen also so viele zielspiele am dreamcast am jaguar am weiß gott wo überall mittlerweile mache ich nicht mehr ok ja das ist irgendwo im hinterkopf hat doch immer der gedanke dass man hier irgendwo geld zerstört durch dieses blöde durch diesen blöden verschweiß zustand ziel zustand aber lange rede kurzer sind beim nesca habe ich eben einfach aufgerissen weil es mich genervt hat es dürfte jetzt auch eigentlich bis auf 12 us spiele kein ziel nintendo 64 spiel mehr in meiner sammlung sein da haben wir nach gott ja zähl da um diese versionen dieses exemplar zu bekommen glaube ich hatte ich das spiel sechs mal gekauft der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an das facebook foto das war eine ziemliche tortur in einem wirklich astreinen zustand so und zu guter letzt noch mal so ein kleines highlight ich bin ja auch richtig froh dass ich habe auch wenn der zustand vielleicht noch mal eine nummer besser sein könnte so würde ich jetzt mit zwei bis zwei minus geben so karton kommt weg den hauen wir jetzt mal hier in die ecke haben wir vielleicht an den kleinen hier oben gehen wir mal da noch ran wir sind schon wieder sind schon wieder fast bei den zehn minuten die xbox 360 das ist die allererste gewesen die ich damals zum release gekauft habe das war bei uns in games direkt um 0 uhr da haben die extra das komplette kaufhaus geöffnet gehabt um den ganzen vorbestellern ihre konsolen zu geben da haben wir einen hello kitty dreamcast wo dieser tolle henkel schon wieder verrutscht ist weiß auch nicht wieso der netter mal in position bleibt dürfte er auch mittlerweile bekannt sein in blau der mikro vision somit ist der karton auch leer jetzt schauen wir mal hier geht es gleich weiter habe ich das ganze dreamcast pack irgendwie erwischt standard japan edition hat leider irgendwie diesen kleinen knick hier abgekriegt ich weiß nicht ob man den erkennen kann ansonsten ist das ding 1a wirklich wie neu der r7 stellen wir auch mal hier rüber eingestaubt sagt nicht viel aus der karton hier haben wir das karaoke system für den dreamcast habe ich allerdings noch nie benutzt keine ahnung wie das funktioniert ob es noch funktioniert ja da haben wir irgendwie nochmal den blauen hello kitty komm her kommst daher so ist der nächste karton leer jetzt sind wir bei knappen 10 minuten wisst was ich glaube wir greifen uns noch irgendeinen ich muss nur mal irgendwie schauen welchen hier habe ich mit aller wahrscheinlichkeit noch mal konsolen drin ja dann sind wir halt heute recht konsolen lastig der amtrad gx 4000 ebenfalls komplett neu das gute stück die playstation 2 im aquablau da haben wir noch ein bladestorm premium edition xbox 360 das lassen wir jetzt auch einfach mal hier liegen gut da muss ich jetzt leider wieder zugreifen weil der ist doch etwas schwerer das schöne panasonic q für alle die nicht kennen nicht haben schaut euch mal an das ding ist echt bezahlbar und er macht wirklich was hier geiles teilen so was haben wir denn hier noch da haben wir die xbox one in der day one edition das bundel mit dem tollen fifa achtung ironie da haben wir ein twin famicom ich glaube nach dem karton dürfte der schwarze sein oder vielleicht auch der rote ich weiß nicht was haben wir hier da ist jetzt noch die halo xbox mit original festplatte die allerdings zu klein ist für ihre 20 gigabyte ja deswegen sitzt da eine 60er drauf karton dürfte auch noch irgendwo sein schön jetzt komme ich zumindest mal wieder bis zum regal hin haben wir doch wieder einiges geschafft einen kleinen überblick gebe ich nochmal ich habe mittlerweile hier ein regal mal aufgestellt soll ich das alles mal ein bisschen unterbringen aber ich komme voran das wird schon gut alles klar ich danke euch fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und sagt bis zum nächsten mal ciao